Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Leute, wir sind am anderen Ende der Karte angekommen. Die Leitung wurde weitergelegt. Das ist jetzt schön gerade alles. Es mündet endlich auch alles quasi in einem Quadrat. Wunderschön, aber heute will ich nicht bauen. Heute möchte ich mit euch erstmal zusammen einen kleinen Ausflug machen. Gucken, dass wir noch ein paar Sphären rankriegen. Und ganz wichtig, wir brauchen noch weitere Festplatten. Da geht es weiter. Wir können hier gleich mal durchgucken, aber so sehen wir natürlich noch nichts. Naja, das ist schon eine Art Quadrat hier. Das geht hier einmal rundherum. Zack, hier hinten lang, da hinten lang und hier kommt es zurück. Kann man noch hier ranzoomen? Weiter, weiter, nicht zu viel bewegen. Da hinten, zack. Und dann geht es hier rüber. Da ist die erste Fabrik. Da geht es weiter. Und dann, da. Dann geht es hier zurück. Wird das schon als Quadrat bezeichnen. So, gehen wir erstmal runter. Können wir ein paar Leitungen verlegen. Ein bisschen was looten. Mal gucken, ob wir mal ein paar Sphären finden. Und ganz wichtig, Festplatten. Was ist das denn? Das ist ja Schwefel. Ich habe jetzt überall übrigens, äh, ja, wir sehen zumindest die Karte. Ich habe überall diese komischen, äh, wie heißen sie? Äh, du wirst schon. Was ist so ein Quatsch zu erzählen? Ähm. Überall diese Radartümer aufgestellt, so sehe ich das wenigstens an Zeug. Und, äh, ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ähm. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal einen Sloop. Ohne Festplatte. Sehr geil. Die Festplatte ist in die Richtung. Dann gehen wir doch mal da hin. Und danach holen wir uns den Sloop. Und heute mal nicht per Karte suchen. Sondern auf gut Glück einfach mal losziehen. Kleinen Loot-Tour machen. Festplatte, Festplatte, Festplatte. Jetzt ist sie da. Hey. Ich bin verwirrt. Moment, hier. Da haben wir doch schon... Da haben wir doch schon was für uns. Komm mal hier, hierzu. Komm zu Papa. Komm mit meine Arme. Nicht schießen. Aufhören. Lass das. Ich mag das nicht. Ach, das ist... Doch, die Festplatte kenne ich sogar. Was braucht die? Die braucht die Strom. Nein, die braucht keinen Strom. Was brauchst du denn? Oh Gott, ein Alien. Geh weg, geh weg. Nach daneben. Und weg mit dir. Danke. Ich will das Ding nur in Ruhe looten. Oh Gott, Platinen. Platinen, Platinen, Platinen. Jetzt aber. Zack. Und die erste Festplatte des Abends. Sehr schön. Können wir doch, glaube ich, gleich reinmachen, oder? In the man. In the man. Und scannen. So, jetzt hat man hier aber noch... Noch eine Festplatte. Nee, jetzt ist sie weg. Pilz. Mercer Sphere. In die Richtung. Dann gucken wir mal, wo die Mercer Sphere sich versteckt. Die guten alten Naxx-Zeiten. Mann, war das schön. Mann, vermisse ich's nicht. Oh, da ist sie doch. Alles muss hochgejagt werden. Und weg mit dir. Und du kommst auch mal weg. Reicht der eine? Yes. Mercer Sphere. Wir brauchen mehr Mercer Sphere. Geil, wäre das cool, wenn wir auch mal den Upload noch weiterverhältlich hätten. Dass wir dann dementsprechend auch noch weiterkommen. Was? Noch eine? Ach, ich mag diese Gegend jetzt schon. Nachher steht wieder alles voll mit Leitungen. Relativ nah. Ist die hier drunter? Nee. Hier drunter ist... Nee, da um. Sehr gut. Gib mir mehr. Hier war auch ein geiles Gebiet, um mit Öl zu handieren. Ich glaube, du hattest hier reine Ölquellen, ne? Oder zumindest war das hier viele. Eine reine. Zwei rein. Normal. Normal. Unrein. Also ziemlich viel Öl. Da können wir aber auch noch mit Spaß mit noch einem Mercer Sphere. Das ist doch wohl nicht zu fassen. Da können wir demnächst auf jeden Fall auch mal ein bisschen Spaß hier was mitmachen. Da kann man es wegsprengen. Geht er das? Oh, ich mag das jetzt hier schon. Also mit dem letzten Patch haben sie wohl das wieder behoben, dass sie über einem Mercer Sphere entstehen. War wohl anscheinend ein Bock. Und damit müssen wir wieder selbst auf die Suche gehen. Komm schon. Dahinter versteckt sie sich. Ja geil, dann können wir vielleicht heute noch so den Upload wieder erhöhen. Okay, Mercer Sphere haben wir. Elektro stecken sind egal. Summer's Loop. In die Richtung. Die sind gerade erst gestartet und haben schon so viel gelootet. Das ist mal richtig, richtig gut. Da ist der Sloop. Den kreien wir uns so. Okay, dann haben wir. Festplatten haben wir nicht. Pilze haben wir nicht. Sphere haben wir nicht. Okay, sehr schön. Dann. Hier mal würde ich sagen, hier einmal außen rum erstmal um das ganze Ding. Ich weiß, da hinten sind auf jeden Fall noch Festplatten. Die kenne ich noch. Und da müssen wir weiter gucken, um noch mehr zu finden. Vielleicht kommt ja noch ein Sloop. Kohle hast du ja auch. Wir können hier, glaube ich, mal richtig eine riesen Fabrik aufbauen von irgendwelchen Späßchen. Moment. Geht doch. Also ich kann doch so anders machen. So. Sloop. Aber ich sehe auch schon die Festplatte da hinten. Okay. Okay. Die braucht keinen Strom. Was brauchst du denn? Oh, Gummi. Haben wir dabei. Sehr geil. Easy. Hallo, Ada. Fix-It-Engineers experimented with soft drives, but the prototypes all went missing. Ah, ich hasse nicht die Fächer. Wo ist der Sloop? Da. Tja. Das wird heute, glaube ich, mal ein sehr, sehr erfolgreicher Ausflug. Aber das ist halt auch eine Gegend, wo wir noch nicht waren, wirklich. So müssen wir jetzt den Spiel schon nicht. Und dann lohnt sich das natürlich. Wenn du schon so da bist, dann nehme ich dich noch mit. Gegner, Festplatte. Festplatte ist da vorn. Mercers 4. Da. Dann holen wir erst die Sphäre und die Festplatte. Du bist keine Sphäre. Ist sie da drauf? Da ist sie. Gefunden. Dies Gerät hätte ich schon viel früher einpacken müssen. So, und die Festplatte war da hinten. Oh, heute wird geforscht. Frische Festplatten. Ja, dann müssen wir uns wahrscheinlich demnächst mal wieder um die schweren, modularen Rahmen kümmern. Ich freue mich jetzt schon drauf. Überhaupt kein Stück. Und da ist sie. Kaum sagt man es. Sind sie da. Wow. Ich wäre modulare Rahmen. Auf mich abzuschießen, ich mag das nicht. Aua. Oh Gott. Wir gehen ja schon, wir gehen ja schon. Ist ja gut, ist ja gut. Ganz ruhig bleiben. Wir gehen doch schon. Felssphäre. Ach, auch noch da. Aber wenn hier schon Gegner sind. Achso, das ist die Ölquelle. Deswegen sind da Gegner. Wo ist denn hier die Sphäre? Ist die da unten? Wahrscheinlich da drin, ne? Und sprengen. Zum Glück habe ich noch welche, oh Gott, welche gekauft. Nein, hier ist sie nicht. Aber eine Schnecke. Dann ist sie hier oben. Vermutlich da. Das wird jetzt so erfolgreich. So, gehen wir erstmal weiter um den See rum. Oh, Sloop. Genau geradeaus. Dann holen wir uns den doch. Und da die ja immer oben sind. Zumindest meistens. Nein, dann nehmen wir die Sphäre mit. Und dann holen wir uns den Sloop. Sloop. Da. Da hinten. Ich habe ihn gesehen. Hier ist er in der Höhle, oder was ist das hier? Lüchen. So, Festplatte haben wir nicht. Sphäre auch nicht. Das heißt, wir können weiter um den See rumgehen. Hier ist so ein kleines Gebiet. So viel Loot. Hier ist krass. Oh, das brauchen wir auch. Oh, guck mal an. Hier wird alles gesprengt. Oh, wir haben es auch schon abgeschlossen. Bleiben Sie stehen. Ich habe nur noch 30. Äh, Stromi. Okay, du brauchst Strom. Ja, sehr geil. Gib mir deinen Loot. Dann bauen wir dich wieder ab. Dann können wir mal den Memoros holen. Gucken wir uns gleich den Bauplan an, was wir kriegen. Ein flexibles Gerüst. Ausgelaugter Kupferbarren. Scannen wir neu. Okay, ein Quarz-Oszillator. Ich glaube, der könnte interessant werden. Wir würden den wahrscheinlich immer noch mal benötigen. Äh. Natürlich auch eine neue Festplatte rein, ne? So, was hatten wir hier jetzt noch? Mösser Sphere ist da. Kein Sloop, keine Festplatte. Also muss ich hier wahrscheinlich noch irgendwo eine Sphäre gleich verstecken. Die Frage ist, wo? Das war ja schon sehr nah. Hm, hm. Dip, 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 dip. Wir kommen da Sachen näher. Ich höre sie sogar schon. Da drin. Im Gestrüpp. Dankeschön. Und die nächste ist da. Oh mein Gott. Wir können den Upload richtig erhöhen heute. Das ist wichtig. Also inzwischen, wo ich auch die Strecke gelegt habe, das hat schon... Oh, Festplatte. Sehr lange gedauert. Weil ich auch immer wieder warten musste. Bis die Sachen hochgeladen wurden. Wo ist dein Container? Sphäre. Ne, nehmen wir mit. Auch wenn sie hier im Dreck liegt. Oh, wo zur Hölle ist dein Container hier? Da oben. Gut versteckt, das Ding. Was ist denn das denn? Kunststoff. Kunststoff. Das haben wir doch alles für dich. Sehr cool. Dann kommen wir den 100 Festplatten so langsam näher. So, Mercers 4. War jetzt noch ein hier unten? Ah. Warum sind dort Pflanzen an der Wand? Jetzt sagt er mir da hinten. Oder? Ne. Das ist Quarz. Er sagt mir sogar ziemlich nah. Oh, hallo. Oh, hi. Wo versteckt sich das Ding? Oh, Strom. Immer noch ganz nah. Als wenn es hier irgendwo reingeht. Da bin ich ja mal gespannt. Hier drunter? Das ist zum Sprengen. Und Sprengen kann ich. Hallöchen. Hallöchen. Kommst du mal bitte da oben runter? Dann nicht, dann loo ich das jetzt einfach. Und Sprengen ist jetzt. Ist so cool. Ja, sehr geil. Ich glaube, da kommen wir... Machen wir heute gut Fortschritte. Sommersloop. Sommersloop. Da lang. Da auf sie rumzuspringen. Endlich wie ein normales Gebiet hier. Da ist er. Die Dinger sind wirklich immer oben. Oh, Festplatte wurde angezeigt. Entschuldigung. In die Richtung. In diese Richtung ist eine Festplatte für uns. Dieses hier Gas. Wo ist die Festplatte? Da ist die Festplatte. So, was möchtest du von uns haben? Das ist Turbodraht oder normaler? Ah, Turbodraht. 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 Zum Glück haben wir jeden Nest dabei. Gib mir deine Festplatte. Vielen Dank. So, jetzt sind wir auch gleich einmal rum. Wir müssen noch mal ein bisschen näher ran. Ach, komm her. Wir nehmen dich mit. Wenn du schon auf dem Weg bist. Pack mal dich ein. Zack. Schnecke, Sloop, Festplatte. Nichts mehr da. Können wir mal ein bisschen weiter in die Richtung hier gucken. Hey, wie viel Großstoffe du hier in der Ecke hast. Oh, Sloop. Direkt vor uns. Gucken, wo der sich befindet. Das wird ihr nicht direkt gesehen haben bei der Festplatte. Ist der hier oben? Ne, aber eine Schnecke. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Komisch. Komisch. Jetzt ist er wieder da. Jetzt ist er wieder weg. Jetzt ist er wieder da. Da ist er. Oh Gott, direkt neben dem Turm, ne? Das war zu offensichtlich. Okay, cool. Dann haben wir es jetzt einmal rundherum fertig gemacht. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen außen weiter rum. Hier so. Und bewegen uns so quasi so im Kreis so ein bisschen. um unser Türmchen herum am besten. Äh, man müsste eigentlich auch gleich fertig sein. Wir brauchen mehr. Was haben wir hier denn? Was zum Sprengen? Ah, da geht's noch. Sprengen ist immer gut. Aber meistens waren da bisher nur Schnecken hinter, ne? Roms. Ja, oh, ne blaue. Hat sich ja richtig gelohnt. Mäben ist abgeschlossen. Sehr geil. So, das machen wir hier oben. Gucken, was wir haben. Okay, ausgelaugte Eisenbahn. Boah, 100 Stück die Minute ist auch schon stark, ne? Komm, wir nehmen jetzt den Eisenbahn. Neue Festplatte drin. Zack. So, und irgendwo muss jetzt hier die Sphäre sein. Wie ist die da oben? Oh, guck mal, das andere Zeug haben wir auch hier. Das Samenerz ist auch hier. Der Ende ist der Festplatte. Erst die Sphäre, eins nach dem anderen. Ganz nah. Ich seh sie echt nicht. Wieder weniger. Wieder mehr. Jung, auf damit. Aua. Ich will den nur in Ruhe suchen, ja? Also, hier haben wir schon mal die Schnecke. Die packen wir jetzt ein. Da ist noch ne Festplatte. Aber ich glaube, die hatten wir schon. Ja, da ist auch Strom hingelegt. So, Mersers 4 geht hier. Jetzt hört's auf. Also, ich höre sie. Kurz einmal Weg freimachen. Ich höre sie. Wo ist sie? Die kann nur irgendwo hier drunter sein. Äh. Und da ist auch so ne komische... Oh Gott. Ja, natürlich. Natürlich. So, jetzt zur Festplatte. Brauchst du Strom? Ja, du brauchst nur Strom. Das ist doch geil. Zack, gib mir... Au, 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 au. Ich glaube, ich sollte mal... heilen. So, das ist eine Schrecke. Sommersloob. Festplatte. Okay, ein Stückchen gehen wir noch hier runter. In diese Richtung. Vielleicht ist hier was, was ich übersehen habe. Aber das werden wir gleich rausfinden. Was sind das für Geysire hier? Ich hab mit Geysire noch nicht wirklich was machen können. Wo ist das hier? In diese Richtung. Hier oben drauf? Da ist sie. Sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Und ein Sloob haben wir hier auch. In diese Richtung. Da wäre ich fast abgestürzt. Sloob. Jetzt wieder in diese Richtung? Das ist wie vororschen. Ah, da ist was zum wegspringen. Das ist doch verdächtig. Klimasier in die Mitte. Ah, ich hab ihn schon. Perfekt. Sehr geil. So, was haben wir schon zusammen? Oh, zwölf Sphären. Das heißt, wir könnten die Stacks erhöhen. Das ist auch schon mal sehr cool. Wir haben noch vier weitere Festplatten. Ein bisschen würde ich noch suchen. Und dann zurück. Und dann würde ich mir Gedanken... Oh, wo ist denn jetzt mein Strom? Da. Dann würde ich mir weitere Gedanken machen. Was wir als nächstes bauen. Ich dachte, da wäre einer. Und ich glaube, wir machen erstmal die schwermodularen Rahmen nochmal fertig. Und ich hätte jetzt gedacht, wir machen das hier in der Nähe der Diamantenfabrik. Weil hier haben wir Kalkstein. Wir haben hier Eisen. Ne, das ist Katerium. Hier ist nochmal reines Eisen. Wir haben hier reinen Kalkstein. Und wir haben hier auch ohne Ende Kohle. Das Einzige, was mir fehlt dafür, ist so Gummi. Weil ich dann Alternativrezept habe. Aber das Gummi könnte ich mir hier vorn holen. Mit dem Zug. Das wäre eine Option, die man auf jeden Fall anstreben könnte. Also mittlerweile bin ich da fast leer. Mal das durchklicken. Nichts da. Gut, wir ziehen weiter. Wir ziehen weiter. Weiter, weiter, weiter. Checken. Sphäre voraus. Also nur die Sphäre voraus. Okay, das ist schon mal ganz geil. Boah, hier ist auch nochmal Fetteisen. Was versteckt sich hier drin? Eine Sphäre. Jawollo. Noch eine. Oh nein, ist wieder ein Tunnel drunter? Geht ihr von da an? Gucken wir mal, ob hier irgendwie wieder noch was ist. Ja, ich glaube, hier geht's rein. Oh, die sieht doch mal heilig aus. Ist ja gut, auf mich abzuschießen. Cool, die haben wir. Aber keine Festplatte. Eine Festplatte würde ich mit euch ganz gerne holen wollen. Mal gucken, ob wir noch alle finden. Ist ja gerade gar nichts. War nicht mal wieder so ein relativ normales Gebiet. Und nicht dieses komische Dunkle. Oh, wir haben jetzt abgeschlossen. Hier ist noch irgendwo eine Sphäre. Da ist sie. Gefährlich bewacht. Na klar. Ach, Leute. Okay, das wird kritisch. Jetzt seid ihr dran. Ihr wolltet das nicht allein. Oh Gott. Wo ist denn jetzt mein Bum Bum? Da. Okay, irgendwie wird das gerade nichts. Ja, genau. Verbrauch noch mehr Munition. Wir haben ja so wenig davon. Ey, was hältst du aus? Okay, Nummer eins ist weg. Ja, genau. Jetzt bewege dich. Oh, finally. festplatte da in diese richtung wir machen erstmal wir haben jetzt hier gerade aufgeräumt und dann können wir doch erstmal schnell noch mal in der mäm gucken brühbares uran das hat jemand geschrieben das wird ziemlich cool sein das post dafür uran uran abfall geil gott sei dank das ist wichtig salpetersäure haben wir das nehmen wir geile geschichte so dann holen wir sozusagen die letzte festplatte die sollte ja hier irgendwo dann sein und hoffentlich auch ersichtlich dann haben wir erstmal wieder ein paar da okay bewacht ein bisschen bewacht eine kostenlose danke tschüss so ich werde noch kurz ein paar minuten rum gucken und dann würde ich sagen sehen wir uns morgen wieder machen die restlichen festplatten fällig und dann kümmern wir uns um die schweren mutwaren haben ja